gott jetzt vergesst aufzunehmen willkommen zu einer neuen folge diesmal hat die suche schnell funktioniert und wir sind im extra modus cool abwehr oh kacke oh kacke und kommt eigentlich ja alter Nein! Das sah auch nicht schlecht aus. Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Wir kommen hier nicht so wirklich raus, ey. Was war das denn von Faber eben? Warum ist er denn nicht richtig in Treue fahren? Wurde der weggebämpft? Ja, okay. Oh, das wird hier ganz schwer. Das gibt's doch nicht. Alter, war das Glück gerade. Oh Gott, ey. Ups, Alter. Schön, nachsetzen. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh. Schön. Der hat schon drin gesehen. Aber wenn's doch noch... Ja. Dann war's das jetzt. Dafür sind wir zu stark, beziehungsweise wir zu schwach. Wären jetzt schon ein paar Aktion so vorm Treuten, wo man sagen könnte... Ja. Oh, äh. Oh, war überfällig für uns. Dann könnte dort noch was werden, aber... Da glaub ich nicht mehr dran, nennn. Ich hab in das 30 Hause von Achse Musik aus. Bäh hoch. Das war's. Was ist das denn für eine Abwehr? Ach, leck mich doch ernsthaft. Was war das denn für eine Rotze? Gleich wieder runter, ey. Krieg's kotzen. Was war das denn für eine Rotze? Was war das denn für eine Rotze? Gott, oh Gott, oh, dort wird ewig. Und ich will eigentlich jetzt noch weiterspielen. Gehen wir kurz in die Garage. Ich hab hier noch wieder ein paar Kisten. Obwohl, warte, warte, warte. Bevor wir das machen, lieber die Krells hier noch einlösen. in grün. Kurweilblau. Können wir mal anlegen. Achso, ich hab ja nicht mehr durch. Ah, gut, wenn jetzt die Suche jetzt nicht klappt, dann müssen wir abbrechen und doch wieder auf 2 vs. 2. Äh, nicht wundern. Ich wünsche immer dann zu verdauern. Guter Deutschen. Ich hoffe, äh, er versteht, was ich meine. Oh, das sieht eigentlich schon ganz schnell aus. Ich hoffe, äh, Ich dachte, er fährt ran. Ah, das wäre eigentlich ein sicheres Ding. Oh, schieße. Das war sogar noch ein Torschuss. Klar, ein bisschen Glück jetzt habt, aber egal. Und die Chance. Ah, scheiße, da war ich einen halben Meter zu weit vorgefahren. Ansonsten wäre er drin gewesen. Vermutlich. Ach, scheiße. Ich hätte da schon noch rausfahren sollen. Ich hätte etwa 11 Uhr Ruhe fahren. Ah, Mist. Und das Ding, auch der Schuss wäre zu verteidigen gewesen. Mist, Mist, Mist. Oh ja, der kommt nicht verkehrt. Oh, ho, ho, ho. Damit hätte er ihn nicht eignet. Da wollte ich auch so ein bisschen gegen seinen Flug eigentlich arbeiten. In seiner Flugrichtung hat nicht so ganz geklappt. Tschüss. Na, kacke. Hätte ich näher dran sehen müssen. Nein, 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 nein. Jetzt kriege ich hier den scheiß Boost nicht. Der war nice. Schön. Jetzt hab deine Chance, Reio. Okay. Ach, kracke. Nein. Was mach ich denn? Lol. Okay. Lol. Okay. 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 Okay.